Herzlich willkommen auf dem Stand der Telefrank Group. Die Telefrank Group ist unter anderem ein Geschäftsfeld, das Thema Frankiermaschine, was man hier ganz gut sehen kann. Wir sind dieses Jahr mit unserer neuen Produktlinie, der Vario-Lahn-Familie, hier vertreten und beschäftigen uns im Grunde genommen mit dem klassischen Brief. Das heißt, kleine Kunden, mittlere Kunden, mittelständische Unternehmen sind im Grunde unsere Hauptzielgruppe, die wir bedienen mit unseren Produkten. Wir sind ein deutsches Unternehmen in diesem Frankiermaschinenmarkt, haben unsere Produktion in Thüringen und entwickeln, produzieren und vertreiben unsere Geräte in Deutschland und auch im übrigen Europa. Das hier ist unser Top-Produkt, die Vario Pro, eine Frankiermaschine für das kleine und mittlere Marktsegment mit integrierter Waage direkt drin. Einfach den Brief einlegen, entsprechend das Porto rechnen lassen, Taste Frankieren drücken und die Post ist fertig. Und das ist dann der komplette Bereich, der gedruckt wird. Natürlich kann man hier auch einen Werbestempel mit einfügen, wo jedes Unternehmen sich präsentieren kann.